Da kommt doch tatsächlich jemand um die Ecke gerudert. Ich weiß zwar nicht, ob ich da überhaupt filmen darf, aber ich mach das einfach. Das Gras ist jetzt auch so hoch, dass man die gar nicht sieht. Früher, da konnte man die immer sehen. Aber nun mach ich zu. Nein, die will ja ich.